Ok, Godzilla 2150 hat er. Ja, das ist natürlich immer eine ganz spannende Öffnung. Ich spiele ganz gerne mit G6. Ich meine immerhin, es ist dann so ein bisschen dynamisch. Ja, das gibt es natürlich, ich habe mal gesehen, hier B6C5. Tja, kann man hier nicht so direkt irgendwas machen? Oder geht da mal A4 oder so? Da mal A4. Na gut. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Ja, ist ein bisschen unangenehm. Naja, das kann im Springer schlagen auch. So. Tja, unangenehm die Stellung. Irgendwie unangenehm. So, E7 hängt immer noch so durch. Tja, hm. Also mich steht doof. Aber ich kann jetzt auch nicht ewig überlegen. Man kann natürlich jetzt E7 nehmen, klar. Aber man muss ja irgendwie auch mal mich hier entknoten, wenn er mit denen gegen den tauscht. Also damit der hier ins Spiel kommt. Das muss muss mir im Bauernwert sein, glaube ich. Nimmt er gar nicht. So. Wenn ich jetzt C4 nehme. So. Und jetzt vielleicht. Der. In der Hoffnung dann gleich Springer C6 zu spielen. Ach, Läufer A6 hab ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber geht einfach wieder zurück. Okay, komm. Das ist ja mal verscheuchen. Tja. Das ist immer noch ein bisschen unangenehm. Und ich hab vor allen Dingen wieder mal ewig überlegt. Und irgendwie sieht das auch die ganze Zeit aus, als könnte hier mal irgendwann was weg sein. Weil das sieht so cool. Läufer B7 oder so. Egal. So. Vielleicht so. Vielleicht kommen wir mal nach C4. Oder Springer A4. Könnte vielleicht auch entlasten sein, ne. Lustige Figuren auf der A-Linie alle. So. Mal hier sieben Decken. Mal hier sieben. Time warning. Mal hier sieben. Mal hier sieben. Ja, meine Zeit. Check. Check. Ja, stellungsmäßig geht es jetzt, glaube ich. Die vier hängen da auch. War auch die Idee von der ganzen Aktion. Okay. 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 Check. Ja, irgendwie hätte er da jetzt zwischendurch mal eine Qualität gegeben. Ist nicht ganz klar, wofür eigentlich. Check. 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 Game drawn. Ja, lahme Ente bin ich... Musste ich eigentlich ja locker gewinnen, ne? Erst mit drei Sekunden. Check. Check. Ja, okay. Hilft nix zu langsam.